Ja, warum kommen keine Videos mehr, Cap? Man kann jetzt natürlich sagen, es ist Clickbait, aber es ist tatsächlich so, denn ich werde nämlich vom 17. bis zum 24. keine regulären Videos schaffen bzw. auch machen können. Aber das heißt natürlich nicht, dass ihr nichts von mir hört. Ihr werdet sehr, sehr viel von mir hören, jedenfalls wenn ihr meinen Kanal abonniert habt und die Glocke aktiviert habt, denn es wird nämlich super viele Livestreams geben. Ich bin ja nämlich von dieser Zeit, wer es nicht weiß, auf der Deacon in Los Angeles bzw. in Anaheim und dort werde ich halt sehr, sehr viel Livestream natürlich für euch, sei es zum Beispiel das Viviverse Announcement und so viel mehr. Also seid auf jeden Fall gespannt und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, denn dieses Event wird wirklich, wirklich krass und ihr werdet jetzt wirklich bei mir hier auf jeden Fall komplett live mitgenommen. Ich werde versuchen, alles für euch irgendwie aufzuzeichnen, was geht, dass ihr einfach das meiste einfach mitbekommt, was ihr auf jeden Fall mitbekommen solltet an Informationen, an Interviews und so weiter und so fort. Also deswegen abonnieren, Glocke aktivieren und dann bleibst du auf jeden Fall auf dem Laufen. Und wenn du mich so ein bisschen noch, ja, ich sag mal, so ein bisschen näher noch begleiten möchtest auf dieser Tour, dann schau auf jeden Fall sehr gerne auf Instagram vorbei. Dort werde ich sehr viele Posts machen. Ich werde euch komplett mitnehmen über diese Tage durch L.A. und auch natürlich über die D.Con. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mich dort auch begleiten würdet. Zwar nur über das Internet, aber es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du auf jeden Fall mich dort begleiten würdest. Also in dem Sinne vom 17. bis zum 24. wird es keine regulären Videos geben. Ich werde vielleicht das eine oder andere Video hochladen, was dann schon vorproduziert ist. Also das sind dann einfach keine News-Videos. Das heißt, in dieser Zeit gibt es keine News-Videos, sondern ausschließlich Livestreams. Aber wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin super, super gespannt auf die D.Con. Es wird, glaube ich, ein richtig, richtig krasses Ding werden. Und deswegen in dem Sinne, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mir hier auf Instagram zum Beispiel folgst oder auf Twitter oder zum Beispiel jetzt hier auch meinen Kanal abonnierst, dann wie gesagt, bleibst du auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche dir daraus auf jeden Fall noch einen wunderschönen Resttag oder auch Abend, wie auch immer, wann du uns das Ganze schaust. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in Erlheim. Ich freue mich, ich habe richtig Bock und ich würde sagen, let's go. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.